Es geht jetzt aber um die Würfe, wenn ihr meine beiden Beine seht, das ist eines der Beine des Gegners. Der erste Wurf, den wir alle kennen, deswegen beginnen wir mit dem, ist der Osotokale. Das bedeutet, ich steige näher mit dem Besen hin und gebe den Besen nach hinten. Noch einmal, so gesehen, der Besen ist hier. Ich steige seitlich vorbei und mit dem Unterschenkel nach hinten. Beide Richtungen aus dem Weg. Eins, zwei und eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. So. Die Wurfbewegung selbst sollte so sein, dass ich, dass ich hier einen Rad, einen Blumen Rad mache, einen Blumen Rad, bedeutet, dass ich das mache. Ich steige ein, einmal mit dem Unterschenkel, zweimal. Die nächste Sache, probiert jetzt nicht den Wegstoßen, sondern versucht dranzubleiben. Der Unterschenkel soll beim Besen dranbleiben. Da, der bleibt dran. Hier drück ich runter und der bleibt dran. Versucht seine Seilen so zuzustehen. Der steigt vorbei und jetzt ist da der Wort, der bleibt dran. Jetzt machen wir die Kopelgeber und sie ist innen die kleine. Sie ist überkreuzt, jetzt sind das. Jetzt steige ich mit dem anderen Bein daher in 90 Grad und mache diese Golfflege-Geschichte. Ich steige 90 Grad und von hinten kommt diese Golfflege-Geschichte. Die folgende Kombination. Wir steigen ein, Oso-O-Kali. Wir beginnen Besen wieder runter, steigen 90 Grad, Oso-O-Kali. Noch einmal. Wir steigen ein, Oso-O-Kali. Besen wieder runter, wir steigen oben, Oso-O-Kali. Wir machen jetzt den Oso-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O, den kennt ihr von mir, das ist diese Machetechnik. Wo ich hineinwickeln muss. Und jetzt bin ich hier, erster Schritt. Jetzt meinte ich Wickele und dann steige ich durch. Ich steige lieber in den Oso, aber ich wicke hinein, eben das Knie zu Boden, das Knie sollte nicht zu Boden sein und dann strecke ich aus. Das ist ja. Jetzt bin ich, erster Schritt, zweiter Schritt, das Knie kommt zu Boden und jetzt strecke ich durch und dann wurf. Erster Schritt, zweiter Schritt, Knie zum Boden, wurf. Ja, super macht ihr das, Billingers, sehr schön. Ja, super. Denkst du daran, das Knie kommt zum Boden, das Knie kommt zum Boden. So, stopp, kurz Ausschüttung. Die nächste Übung ist, alle gleich zusammen. Wir beginnen damit. Ausatokale, dann Ausatokale und dann wieder Ausatokale. Ausatokale, Ausatokale. Ausatokale, 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 Ausatokale. Normal gegen den Sessel, aufpassen hier, schön in die Höhe und nach vorne und auf die Nacken aufpassen, schön in die Höhe, nach vorne und so und jetzt wieder ein Klassiker von mir immer, also wir haben den Kick gemacht und wir steigen jetzt noch zur Seite und jetzt wieder passen, ein Kniestoss, ich habe den Kick zur Seite, Kniestoss, Kick zur Seite, Kniestoss, じゃない, Kniestoss, 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 Kniestvs., Kniestoss, Kniestoss, Kniestisch, Kniestoss, Das geht jetzt runter, das geht jetzt runter und macht dann den Kursautogadik. Also, wir haben geschafft. Mai, Seite, Hitze, runter steigen und wir haben es gut. Mai, deren Hitze gerinnen, Kursautogadik. Mai, deren Hitze gerinnen, Kursautogadik. Mai, Seite, Hitze, Kursautogadik, Kursautogadik. Mai, Seite, Hitze, Kursautogadik. Mai, Seite, Hitze, Kursautogadik. Mai, deren Knie, Hitze gerinnen und Sottogadik. Tatsächlich, Hitze gerinnen und Sottogadik. Mai, Hitze gerinnen und Sottogadik. Mai, Hitze, Kursautogadik. Mai, Hitze, Kursautogadik. Ausfahrung hinschwingen auf Hitzergeräte, Ausfahrung hinschwingen auf das Knie, schwingen jetzt vor, also Mai, Hitzergeräte, jetzt vor, unter, Mai, wir haben Hitzergeräte, wir haben Osoto Gari, wir haben Kosoto Gari, wir haben Kosoto Gari, wir haben Kosoto Otoshi, und das waren Mai Breaks, Hitzergeräte, Hinschwingen, Kosoto Gari, Kosoto Gari, Kosoto Otoshi. Das haben wir ja schon gemacht, die Kombination, einfach jetzt mittel- und stark Kombination dazu. Aufstehen, Kick, runter, eins, zwei, drei, vier, unten durchtauchen, Aberkarte, egal welche Seite, unten durchtauchen, Aberkarte, eins, zwei, drei, vier, nehmen, Kniestoß. Aufstehen, Kick, runter, eins, zwei, drei, vier, unten durchtauchen, Aberkarte, eins, zwei, drei, vier, nehmen, Kniestoß. Hinschwingen, Kniestoß, Hinschwingen, Osoto Gari, Kosoto Gari, Osoto Otoshi, Tamiya Otoshi. Leute, diese Würfel machen sich eins in die Würfel, doch. Aufstehen. 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 Aufstehen.